KinderNetz.de Hey Leute, heute war ein schöner Tag irgendwie. Wir sind heute Morgen um 9.30 Uhr losgefahren und dann sind wir 10 Stunden mit dem Auto gefahren bis hierher. Wir sind immer noch auf der Fahrt, aber wir fahren nur noch 10 Minuten. Wir sind in der Nähe von Rostock auf einem Landwirtschaftshof und hier übernachten wir diese Nacht und morgen geht es dann woanders hin. Wohin weiß ich leider nicht, würde ich gerne wissen, aber morgen früh werden wir abgeholt und dann geht es los. Es ist richtig schön hier und ich freue mich richtig auf die nächsten Tage, weil ich glaube, die nächsten Tage werden richtig geil und ich bin irgendwie noch immer so ein bisschen geflasht, weil ich das immer noch nicht so ganz kapiere, was hier gerade passiert. Aber ich glaube, die Tage werden richtig geil. Ich bin echt gespannt, ich weiß gar nichts. Ich weiß nur, dass wir morgen früh abgeholt werden. Und dann geht es los. Wohin? Weiß ich nicht. Aber ich lasse mich überraschen. Ich liebe Überraschungen. Also frage ich jetzt auch nicht weiter nach. Das heißt, wir sehen uns morgen. Tschüss! Ja, es ist ein WOH departmentだ. So universali. Soiks europ geldi alles hinzu. Und ich ====